...schönen, was auch immer. Eine Minute, zehn Sekunden. Ich werde besser. Ja, ihr wisst, was ich damit meine oder auch nicht. Ich mache den berühmten Audio-Test, der funktioniert. Und wir können eigentlich gleich loslegen, nachdem ich hier jetzt noch ein paar Fenster hin und her geschubst habe. Meine Schattenredaktion, Schattenredaktion, da ist meine Schattenredaktion. Gut, achso, ja, ihr wollt das Spiel sehen. Da ist das Spiel. Ich habe alles vorbereitet. Wir können sofort loslegen. Ich bin... Wo bin ich denn? Man muss ja immer gucken, wo man... Wenn man das Spiel verlässt, wird man ja gerne mal irgendwo hingebeamt. Okay, ich bin hier. Hier ist ein kleines Fragezeichen Stranger. Hier ist ein großes Fragezeichen. Und ich habe meine Schattenredaktion befragt. Ich will nämlich ein bestimmtes Fragezeichen vermeiden. Ich möchte jetzt aber erstmal, weil ich unbedingt später ja eine ganz bestimmte Szene haben will, begeben wir uns jetzt erstmal zu... Wo bin ich denn und wo ist mein Pferd? Ach, ich bin im Innenhof. Geil, jetzt hat er mich hier in den Innenhof gebeamt. Wie komme ich denn aus dem Innenhof wieder raus? Aus dem Regen jetzt. Was ist das denn? Achso, wie spät haben wir es überhaupt? Es ist morgens. Es sind 17 Grad. Es regnet. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Äh, wo ist mein Pferd? Mein Pferd ist da hinten. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ich will mich leider nicht grüßen, weil mein Pferd sich angesprochen fühlte. Jetzt konnte ich ihn grüßen. Äh... Äh, 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 äh. Ah, was mache ich schon wieder? Äh, Pferd? Moment. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Ich habe gerade ein Problem, dass ich mein Pferd hier... Das glaubt mir wieder kein Mensch. Mein Pferd verhielt sich wieder... Äh... Man muss mich jedes Mal neu anlernen. Das Problem ist, ich kann hier auf so engen Raum schlecht mit der Maus navigieren. So. Jetzt. Das verstehe ich nicht, was hier jetzt wieder... Ja. Ich möchte zu Brubber Drakens. Und ich möchte nicht immer diesen Alert haben. So. Können wir einen Tick schneller. Hier ist doch nichts los. Madame, back here. Äh, buenos dias, senor. Oh. Okay. Das Bremsen. Ah, guck mal. Da. Da ist Sister irgendwas. Das ist gut. Story. Save Game. Ja. Die Schattenredaktion amüsiert sich darüber, dass mein Pferd in der Hauswand feststeckt. Ja. Keine Fragen. Keine Fragen. Wichtig ist jetzt, dass ich... Der sprintet schon wieder los. Ah, Brubber Drakens. Hi, Brubber Drakens. W, an Upside-Down-M. Morgen, dear. Sister, meine Freundin. Mr. Morgan. Oh, Sir. Brubber Drakens. Er hat mir gesagt, über das Wundervolle, was du gemacht hast. Oh, er spricht viel nonsens. Keine Fragen. Keine Fragen. Keine Fragen. Hey, stop. Er ist schade zu den Schmerzen. Don't hurt ihn, bitte. Er hat die Cathedral, Mr. Morgan. Oh, nein. Meine Mutter kam mir nicht, wenn ich mich nicht verholt habe. Leute, aus dem Weg. Ich habe hier schon wieder einen Sprintauftrag zu erledigen. Oh, was das Crucifix? Ich sehe nichts. Ah, da. Ich sehe... Ach, da. Jetzt sehe ich es. Hui. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt werde ich gesucht. Nur weil Mrs. Stone's meinte. Oh, das war eine dobe Idee, da längst zu laufen. Starke GTA Vibes incoming. Oh, sorry. Entschuldigung. Sorry. Kann ich den Zug nehmen? Mist. Scheiße, scheiße, scheiße. Achso. Ich muss jetzt Hister irgendwas suchen. Ohne mit dem Gesetz in Berührung zu kommen. Ja, ja. Ja, geh doch einfach weiter. Ihr geht aber auch manchmal erratisch, ihr NPCs. So. Du kannst mich mal in Ruhe lassen. Hier ist wieder irgendwas gelbes, aber eigentlich... Okay, da muss ich hin. Hier ist alles voller Polizei. Das ist doof. Da muss ich irgendwo hin. Weil ich muss ja hier das Kruzifix wiedergeben. Ach, sie ist vor der Kirche. Da ist Polizei. Hier ist Polizei. Vielleicht sollte ich einen kleinen Bogen mal laufen. Da steht ein Polizist. Dem sollte ich aus dem Weg gehen. Joggen wir ein bisschen. Oh, hallo Tessie. Ja, May the 4th und so weiter. Wie Spock schon zu sagen fliegte. Keep out. Naja, dann wollen wir da jetzt keinen Streit anfangen. Ja, du hast gerade eine wichtige Szene verpasst. Und zwar bin ich Mrs. Downs über den Weg gelaufen. Du erinnerst dich. Mrs. Downs, deren Mann wir ein bisschen verprügelt haben, weil er uns Geld schuldete. Der dann wohl infolge unserer Prügelung gestorben ist. Uns vorher noch komisch angehustet hat. Und die dann ja mit ihrem Sohn weggegangen ist. Als wir nochmal die Schulden eingetrieben haben. Und die ist uns jetzt hier als... Ja. Oh oh, Dame des Shit. Dame des Horizontalen Gewerbes ist die uns jetzt über den Weg gelaufen. Und ich... Und sie hat dann, weil es ihr unangenehm war, mich zu sehen, weil ich sie ja gesehen habe. Und so hoch, wieso bieten sie sich hier an? Nun hat sie daraufhin die Polizei zur Hilfe gerufen. Und seitdem werde ich von der Polizei gesucht. Und ich muss jetzt aber genau hier hin. Und die roten Punkte sind Polizisten. Ich muss irgendwie hier hin, ohne dass die Polizei mich sieht. Und das ist ein bisschen challenging, würde ich sagen. Zum Glück gibt es hier genug. Da steht ein Polizist. Der darf mich nicht sehen. Ja, äh... Buenos Dias, Senorita, wie schon die deutsche Nationalmannschaft gesungen hat. So, wie komme ich jetzt... Oh, hier ist auch Polizei. Wie soll ich denn zu Sister irgendwas kommen, wenn überall Polizei ist? Da ist auch Polizei. Ah, nee. Darf ich speichern, liebes Spiel? Ich darf natürlich nicht speichern. Ach, ach, ach. Geil, alles voll mit Polizei. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rumgehe, dann ist die Polizei wieder... Er zeigt mir ja immer nur die Polizisten an, die in meiner Nähe sind. Ich weiß auch nicht, ist jetzt hier ein Kopfgeld? Nee, Kopfgeld, wir sind ja hier in zivilisierter Gegend. Find Sister Calderon without the law. Ja, und die Sister ist aber da. Ja, Mist. Da ist Polizei, da ist Polizei. Wenn ich jetzt hier rum... Nicht hier... Na, hier kommt man... Da komme ich bei dem Polizisten raus. Und ich mache jede Wette, wenn ich hier hingehe, dann tauchen hier rote Punkte auf. Ah, da ist der Arzt. Hm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein ungünstiger... Ich weiß eben nicht, ob das zusammengehört. Ob sozusagen gesagt wird, man triggert... Ich habe mich jetzt zufälligerweise die Mission... Hier das Kreuz zu bringen. Habe ich die Mission jetzt zufälligerweise getriggert... Und gleichzeitig... Wenn das auch ein Flutz ist... Ey Leute, was wollt ihr von mir? Keine. Da ist ein Polizist. Und da ist... Moment. Habe ich mein Fernglas dabei? Okay. Da ist sie. Und da ist der Polizist. Na super. Ah, versuchen wir es nochmal von der Seite. Da ist auch ein Polizist. Ah, ich könnte... Riskieren wir es. Hi. Huhu-huhu. Excuse me, Frau. Sister, ich habe deine Füße. Ah, du hast nicht. Oh, ich bin. Ah, ich hoffe, der Junge... Er ist gut, physisch. Er ist mental, er ist ein Stück von Arbeit, aber... Wer könnte sagen. Bruder Dorkins war richtig über dich. Du bist der wunderschön Mann. Bruder Dorkins ist... ...nachsend verurteilt, ich bin, aber ich bin froh, um ein bisschen zu helfen. Oh, danke. Du siehst, es ist ein Stück, aber... ...meine Mutter gab es mir, wenn ich ein Novistin war, kurz bevor sie passierte. Du bist der wunderschön Mann. Oh, excuse me, Vater. Sister, ich freue mich deinen Tag. Siehst du, Vater? Na? Na, der Polizist ist nicht mehr rot. Ganz vorsichtig, mal gucken. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Okay, das hätten wir... Machen wir mit den oberen... Machen wir... Wir nehmen nochmal einen neuen. Ja, das war jetzt ein bisschen... ...Stealth, oder wie sich das nennt, wenn man sich anschleucht. Hallo, Herr. So, CC, Charles... Achso, der, 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 der französische Maler. Der Hole, Hole S. Genau, Hole S hat er sich selbst immer genannt. Also das taucht jetzt immer wieder auf, weil ich einmal mit ihm mich unterhalten habe. Ich könnte jetzt zu dem Fragezeichen. Hier bin ich. Da ist CC, da ist das Fragezeichen. Da ist auch ein Fragezeichen. Und da ist Dutch, da geht die Story weiter. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Story weiter. Wir wollen ja vorankommen mit der Story. Wo ist mein Pferd? Das ist da hinten. Das muss... Gehe ich jetzt zu Fuß. Ach Gott, ja. Hallöchen. Was ist da für ne Weiße? Fresco-Cainting. Na, ne, wir wollen nicht zu viel. Wir wollen eigentlich jetzt unser Pferd mal wieder haben. Ich habe mein Pferd einfach zu weit weg geparkt. Gut, es kamen ja ein paar Sachen dazwischen. Ein paar Leute grüßen. Gib Ehre. Alle grüßen, die ich bei drei auf den Bäumen sind. Und? So, und wo wir jetzt auf unserem Pferd sind, können wir auch mal dahin gehen. Machen wir das noch. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Jetzt habe ich gerade so schön mein Pferd wieder eingesammelt. Und das wollen wir doch nicht umsonst gemacht haben. Ich habe mich immer gefragt, warum es nicht einfach eine Taste gibt. Speichern. So, bin ich ja gespannt. Das sieht hier nicht nach der besten Gegend aus. So, ich werde mal da sein. Mal sehen. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, genau nicht. Ich habe gerade erkannt, was das ist. Und das ist eine der Nebenmissionen, auf die ich gar keinen Bock habe. Es gibt halt so Nebenmissionen, die sind eher so meh. Das mit Charles Dings da mit dem Maler, das kann ich mir noch vorstellen mal zu machen, aber... ...nicht der. Das sind einfach so einige, die finde ich thematisch einfach blöd. Gut, dann reiten wir zu Dapsch. Ich grüße noch ein paar Leute. Ich grüße alle, die nicht bei drei auf den Beinen sind. Quatsch mit mich voll. Klingt nach Schorn, macht mich traurig. Oh! Ja, wohl... Ich wusste nicht, wo du... Wieso fängst du schon wieder an zu... ...ein Pferd joggt manchmal spontan los. Das sagt meine Ehre. Könnte mehr sein. Ach! Hier ist jetzt ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Das würde ich ja gerne mal bezahlen, aber... Wo ist denn hier die nächste Poststation? Da. Die ist so weit weg. Da könnte ich nämlich jetzt einfach meine... ...mein Kopfgeld bezahlen und hätte Ruhe und das Rote wäre weg. Okay. Ne, wir nehmen die Hauptverkehrsstraße. Wir ignorieren jetzt... Ja, etwas Speed machen hier. Wir sollten es, glaube ich, nicht drauf anlegen, mit der Bingster zu kollidieren. Mit der Straßenbahn. Alle quatschen mich hier voll. So. Wir haben die Mittel... ...den Mittelstreifen für uns. Das Schöne ist, hier können wir niemanden... ...gen guten Fußgänger können wir hier in die Quere kommen, aber... ...sonst nichts. Und die Eisenbahn. Oh, oh. So. Ich halte an. Hallo, Sir. I've had better days, that's for sure. Fuera de mi camino, move! Hello. Da ist ein Pferdeanbau-Posten. Pferd, würdest du mich da bitte hinbegeben? Hallo. So, wie komme ich hier... Wo ist denn hier bitte der Eingang? Ja, ich will ja die Bounty bezahlen. Ich muss nur rausfinden, wie man hier reinkommt. Hallo. Ah, ne, Entschuldigung. Ähm... Hey there, folks. Hello, ladies. Ah. Hallo. Da ist der. Tresen. Wenn du mir einen Moment geben würdest, bitte. Ich werde mich überbekommen. Aber wie kann ich im Service sein? Ja, Mann. Was kann ich noch? Pay Bounty, Send Me, Receive Train, Ticket... Nein, will ich alles nicht. Ich wollte nur mein Kopfgeld bezahlen, damit ich mich ein bisschen entspannter durch die Stadt bewegen kann. Wenn du nicht Menschen mit Respekt behandeln kannst, was ist der Punkt, ich sage. So. Pferd. Take a ride. Ne, take a ride. Postkutsche wollte ich nicht. Zählst du Pferd, oder was machst du? Achso. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte... Was wollte ich denn? You'll take more than that, boy. Gut. Zum 85... Ja, ich war echt ein Schnapper. Zum 85. Mal versuche ich jetzt mal, zu Dutch zu kommen. Ich hoffe, es kommt nicht wieder irgendwas da... Oh, oh. Warten, bis alle Fußgänger aus dem Weg sind. Damit ich sie nicht wieder unfreiwillig über den Haufen rempel. So, und wir machen wieder denselben Trick wie oben. Äh, wie eben. Ich wollte mein Pferd brushen, aber... Ja, du bist ein starker Mann, ey, Mann. Hap-da-da. Schön auf dem Mittelstreifen. Na, guck mal, ich kann... Die Bahn ist vor mir, also kann sie mich auch nicht über den Haufen fahren. Und stark abbiegen. Genau. Das war der Plan. Hier laufen auch schon. Also, ich könnte mal wieder ein paar Leute grüßen. Grüßen wir mir wieder ein paar Leute. So, und ich muss leider Folie scharf rechts abnehmen. Oh, hübsche Hütte. Ach, ich glaub, da wohnt... Ich glaub, da wohnt Angelo. Wer spielt hier eigentlich so schön Trampete? Hey, Partner. Hello. Jump to Horse. Ach so, oh, falsch abgebogen. Oder gar nicht abgebogen. So, und bevor wir die Mission triggern... Scharf bremsen. Zack. Zack. Neuer, alter, 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 neuer. So. Jetzt können wir uns... ...in die Mission stürzen. Ja, Pferd. Entledige dich nochmal überflüssige Dinge. Guck mal, hier ist doch ein schöner Pferdeparkplatz. Wann taucht eigentlich mal das E auf? Da, jetzt, danke. So. Hallo, Dutch. How you doing? Ich geh mal ganz ruhig und entspannt. Mal sehen, wann die Mission triggert. Angelo Bronte, a man of honor. There you are. Your boys ready? Of course. What else do you know about this guy? Not much. Just these son of a slick little greasy-haired European who's clearly got power and money. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, the boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, you're gonna have a lot of protection. You know, I'm gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Trust me. Is this the place? Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir, we have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. Ja, Dutch, geh du vor. Ich hab kein gutes Gefühl. Obwohl ich ja weiß, so ungefähr weiß ich ja, was abgeht, aber... Es ist zu viel Unsicherheit dabei. Ah, Angelo. Alte Siege. Wer sind die Bronte? Sie sind hier für Picciotto. Was sind Sie? Warum ziest ihr ihr сыn? Entschuldigung. Ich sagte, warum ziest ihr ihr сыn? Wir haben keine Probleme mit Ihnen, Sir. Nor mit Ihnen. mit uns. Aber wenn du einen möchtest möchtest, werden viele Leute sterben in diesem Raum bevor es fertig ist. Also, du gehst in meine Stadt, schweigst du schweigst und schaust so, und du kommst in meine Haus, bevor du ein Bier hast, und du sagst mir, wie du actierst? Du fragst mir, dass du kompassionierst hast. Ich habe dir nicht schon fast eine kompassioniersthe, indem du einfach zu spüren in meine Presse zu spüren? Ja, du hast. Jetzt, wir sind einfach, die Landwirte. Alles, was wir haben, ist das andere. Und du hast du, und du hast ihn mit seinem Sohn, über ein paar Dispute, mit einigen inbreden Ex-Slavers, das hat nichts mit uns zu tun zu tun. Du hattest nichts mit dem zu zerstörern das Likor-Business? Wir waren inocente Beiständer. Und das, was wir inocente waren, wir waren inocente. Wir waren sicherlich ignorierend. Ach was. Das ist dein Turut? Ganoven unter sich. Ganoven unter sich. So, kann mein Freund sein Sonn haben? Natürlich, natürlich. Aber soll ich aus dem Schatten über ein Verständnis sein? Natürlich, ich weiß, du wirst das nicht. Nein. Nein, nein, nein. Also, wie geht das? Du machst ein einfaches Job für mich, und du hast dein Sonn zurück. Was ist das? Ein paar Menschen haben in diesem Semite. Das ist ein guter Ort für ihn, das beste. Ich liebe diesen Mann. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sie haben sich nicht nur desecratiert, aber sie haben so gemacht ohne zu bezüglichen dem Leben. Das ist, sie sehen meine Mann, natürlich, sie sind in der Mitte. Also, du auch, und du, Herr Van der Linde, sagst mir mehr über meine Manners. Salute. Ganz blöde Mission. Plötzlich ist es dunkel. Wie praktisch, wir wollen ja auch auf den Friedhof. Ein paar Grabschänder oder Grabräuber. Ein paar Grabräuber, Ding fast nach. Grave Robbers? Du denkst, er hat uns für einen Fynn genommen? Keine Idee. Welche Wahl haben wir? Nichts, ich glaube. Das ist idiotisch. Du weißt, wo der Cemetery ist? Ich glaube so. Ich bin ziemlich sicher, dass ich es vorgebracht habe. Es ist wirklich beeindruckend. Du weißt, du hast gut gemacht, mit deinem Gehirn in da. Du glaubst, eine Sprache, die rauskommt, aus dem Manners. Wir wissen sogar, wo der Jack ist. Wir wissen, wir haben Bronte gefunden. Wir sind da. Der Dutch ist mit ihm jetzt. Alles, was erinnert, könnte es viel schlimmer sein werden. Das poor Kind. Ich habe nicht ein guter Vater mit ihm. Ich hoffe, er ist okay. Er wird gut. Ich denke, die Braithwaiter waren zu halten, Jack Ransom. Für alle die Geld, die wir kosten. Wir müssen ihn hier senden, damit wir ihn nicht konnten. Aber Bronte weiß, dass es keine Braithwaiter gibt, zu bezahlen. Jack ist nicht mehr an ihn. Lass uns das machen. Lass uns das machen, und den Dutch den Rest verhalten. Ich hoffe, du bist richtig. Wo wollen wir hin? Ich möchte nicht in den NPC über den Haufen reiten. Ja, ja. Okay. Ich denke, das ist es. Oh ja. Sorry. Du bist mir vor das Pferd gelaufen. Ja, das ist ein Friedhof. Nicht so ein kleiner Kirchendorf, Dingsda, Kirchenfriedhof, sondern schon ein bisschen mehr. Und ich lauf rum wie so ein Waffenladen. So. Und ich muss jetzt hier die Grape Robbers suchen. Achso. Ich könnte mal gucken, ob mein siebter Sinn mir irgendwie hilft. Meinst du, damit ich soll kriechen? Oder? Oder? Ok. Das ist nicht so ein Hund. Wie war das? Wann ist das? Wann ist das? Ja. Was war das? Was war das? Wann ist das? Das war nur ein Hund. Soll ich auf diesem Riesenfriedhof irgendetwas finden? Ja, ich kiepe looking. Da hat wieder einer gehofft. Ich weiß nur nicht, was ich machen soll, was er von mir erwartet wird. Oh, meine neue... Ah, handfeste Schieferrei. Oh. 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 So, und nun? Oh, jetzt müssen wir noch die Beute suchen. Genau. Naja, die ersten Schüsse kamen von da, du. Warum gehst du nicht in die Richtung, wo die ersten Schüsse herkamen? Hm, das war jetzt Zufall, ich wollte eigentlich dran vorbei rennen. So, jetzt kommt die Polizei. Komm schon. Komm schon. There's someone coming, hide. I found a body. Looks fresh, still bleeding. Must just been killed. They're still here. Kann... Aper, kannst du mal bitte ruhig halten? With me. ... Pfff... Ich folge einfach schon. So, die bewegen sich beide vom Ausgang weg. Das ist gut. Das ist gut. Oof. Go ahead, Arthur. Are you coming in with me? Yep. Well. You took your time. Where's your host? I said it. I see you. You took your time. I'm glad to see you. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Thank Mr. Bronte. You all right? Yeah, I'm fine. Come on. You know, Arthur, Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. Oh, yeah. And us, just simple country boys. Muss ich das jetzt machen? What? So. Let's go. Ja, ja. Auf nach Hause. Endlich mal wieder ins Lager. Kann ich mal ein bisschen Ordnung in meinen Wachen nehmen? Ich bin okay, son. I'm fine. Papa Bronte hat gesagt, du kommst für mich. I'm sorry. What for? For that? For taking so long? I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Books? Did they do anything to you? Have you ever had spaghetti? What? What's that? It's food. It looks like worms, but it's delicious. Is that right? Papa Bronte teached me lots of Italian words. Don't call him that, please. You know, caballo? That means horse. And pantafola? That's a slipper. A slipper? They gave me two pairs. One for day and one for night. Well, I'm just glad you're all right. Oh, yes. I have the best time, but I can't wait to see Mama. Did she miss me? She sure did. Like you wouldn't know. Real good to see you, Jack. You too, Uncle Arthur? Did you catch the bad guys? Which one? At the graveyard. Uncle Dutch and Papa Bronte told me. Just Mr. Bronte. Yeah. Me and your pa dealt with them. I told him you would. Wait till you see this new camp. Not another one. This one's got a house. Not as nice as Mr. Bronte's, mind you. That's okay. We'll get you settled and cleaned up in no time. Oh, I had a bath last night. Of course you did. Er war bei reichen Leuten. Ach, Charles Held Wache. Oh, I had a bath last night. Oh, I had a bath last night. Hey, they're back. I think I see Jack. Abigail! Abigail! We got you, your son. Everything. We got him! Mama! He's fine! I'm fine, Mama. They fed me good. Italian food. You ever eat that? Come here, you silly boy. You got him. You got my son back. Dutch, Arthur, thank you. Thank you. I got my son back. Jack, Jack, Jack. How are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? Ah, so. Well, we met Mr. Bronte. He is quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Thank you. Here's my drink. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. We got Jack back. Well, the boy's safe, thank goodness. Thank you, Arthur. I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Go be with your family. Go be with your family. Möchte ich wissen, wieso ich nur Bronze hab? Oh, auch egal. Speichern wir erstmal. Ach, ich kann immer noch nicht speichern. Das heißt, ich bin immer noch in der Mission. Okay. Die Feier gehört nämlich noch mit zur Mission. Oh, es gibt Bier. Es gibt Bier, Baby. Oh, was ist das denn hier? Hm. Du bist okay, Sadie? Sure. You boys did good. Well, we got lucky this time. Hm. Tja. Sadie. Da ist noch... Ist hier auch noch Bier, oder? Ach, überall stehen Kisten Bier rum. Charles Photograph. Nee, ich will nicht um Charles Sachen rum. Er lernt man bestimmt Sachen über ihn. Wo bist du? Ja, ich bin nur geblieben. Ja, ich bin einfach einmal in die Know-Nacht. Kieran, ne, daran erinnern, das ist der von den, den wir von den O'Driscolls adoptiert haben. Na, Javier klimpert ein bisschen. Genau, the gang are celebrating the safe return of Jack and will be unavailable for other activities for a while. Ah, wir könnten... Das ist doch eigentlich... Er hat gerade so eine Kopfhaltung. Kannst du bitte nochmal normal gucken? Ja. Ja, schönes Futter. Gut, hier kann ich nicht ansprechen, Dutch. Tahiti, dear boy. Tahiti. If you say so. Mangoes, Maidens, paradise. An unspoiled paradise. Ja, I hope so. Hey, Arthur, have a little faith. Ja, ich möchte mal Onkel ansprechen. Onkel? Kann ich Onkel ansprechen? Nein. Tell you boys about the time I was hanged. Oh, I think so. Tell us again. Sure. Kann ich jetzt speichern? Wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Nee. So, I got caught. Done. Something or other. Ich muss noch kurz überlegen. Hier in der Karte ist nämlich das Zelt-Symbol und da ist so eine Note und das heißt, glaube ich, es ist Party und ich kann nichts machen. Und ich denke, es war. Und er hat entschieden, dass ich es hängen werde. Für ein Fleisch? Ja. Nur einige Leute glaubten, dass es nicht fair war. Und beim Hängen gab es ein Riot. Sie gingen mich um zu lynchen. Aber jemanden, den ich noch nie sah, hat er die Rope geschlagen. Er hat sich durchgemacht. Insofern haben sie den Sheriff geschlagen. Und ich bin weg mit nichts mehr als eine soren Neck. Was du Angst hast? Absolut. Absolut. Petrified. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Rust up Arthur. You need it. Hello. Welcome home little Jack. Oh, once I was a made down and made in lane. My master used to be done. My mistress did not. Ich stehe auch auf. Ach, guck mal. Micah. Können wir den noch vollquatschen? Mr. Bell? Had fun robbing Graves, I hear? Yeah, that's more your style. Ha 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 ha. So. Also, ähm. Kann ich hier noch irgendwas spannendes machen? Ich möchte irgendwas sinnvolles machen. Hm. Mhm. 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 Ja, so. Mhm. 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 Habe ich schon so viel von? So. Kann ich essen? Ja. Ich mache jetzt alles mögliche. Ich kann ja im Moment offensichtlich doch nichts so richtig anderes machen. Ich könnte mich einfach versuchen pennen zu legen und gucken, ob das funktioniert. Aber wozu soll ich essen, wenn sowieso alles voll aufgelevelt ist? Ich könnte nochmal zum Medizinwagen. Ah, Mr. Strauss. Können Sie mal aus dem Weg gehen? Ich würde gerne hier ein bisschen mich eindecken mit irgendwelchen... Ey, das ist nicht dein Ernst, Strauss, dass du mir jetzt hier so den... Miracle Tonic. Offensichtlich habe ich schon von allem so viel bei mir. Wo ist denn mein Zimmer? Ne, Moment, Moment. Da ist der Eingang zu meinem Zimmer. Ach, Moment. Munition ist eine Etage höher. Äh, wo war denn das... Hier war die Treppe. Dann muss mein Zimmer... Ne, Moment, Moment, Moment. Hä? Oh. Ein Buch interessiert mich nicht. Das ist... Das ist... Das ist eine... Ach nee, das ist ein Schrank. Ich habe gerade völlige Orientierungsprobleme. Ich möchte gerne in mein Zimmer. Ah, ich erinnere mich. Genau. Da geht es auf die Veranda. Und das ist mein Zimmer. Sehr schön. Das ist ein Foto. Das interessiert mich jetzt nicht. Das ist das Foto meiner Mutter. Und hier müssten... Ah, genau. Genau. Shotgun-Shells. Pistol-Cartridges. Äh, so viel wollte ich eigentlich gar nicht einstecken. Jaja, ich weiß. Ich bin vollgeladen. So, und hier ist nämlich die... die Karte, mit der ich fast traveln könnte. Aber eigentlich will ich ja jetzt pennen. Oder außerdem ist hier meine... So. Ist das ein Gewitter? Ähm... Ähm... Äh, was kann ich jetzt? Den Double Action oder den Kettleman? Den Kettleman ist der, den ich seit Anfang an habe. Den Revolver. Ähm... Den Double Action packe ich mal. Falsche Tasten. Ist es tatsächlich Gewitter? Okay. Also, den Double Action Revolver möchte ich in den Locker passen. Double Barrel Lancaster Carbine Repeater Springfield Reifel. Rolling... Das kann auch mal. Ich habe ja das Rare bei mir. Bold Action. Das Problem ist... Ich kann die alle gar nicht so auseinanderhalten. Ich glaube, ich versuche mal zu pennen. Bad. Sleep. Oh, ich kann schlafen. Bis zum Morgen sind nur drei Stunden. Egal. Ich hoffe, dann kann ich wieder speichern. Und dann ist es nicht gut. Hm. Genau. Da steht es noch vom letzten Mal. Verkaufen kann ich die Waffen nicht, aber ich kann sie in die Kiste packen dann. Habe ich sie nicht bei mir? Oh. Ein Brief. Ist für mich angekommen. Leute, ich möchte den Brief lesen. Okay. Okay, das sind die verschiedenen Orte, zu denen ich reisen kann. Aber eigentlich würde ich diesen Brief lesen. Wie mache ich das denn? Ah, liebe... Ah, da... Da steht es. Man muss echt aufpassen. Eine Bewegung. So. My dear Arthur. I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. My ex. He and Daddy are still arguing, but... I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur. I have made such a mess of my life. Time and again. Why can I not change? And be the woman I want to be. Why couldn't you change? And be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment. Okay. Why can I not change? And I see now that I am not very good at it. I am afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault. But I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint-Denis. Oh, how practical in Saint-Denis. Oh, Arthur. I know it is wrong to ask you. But I have nobody else. And for what we once had together... I beg of you. Even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. Second letter from Mary. So, was haben wir denn? Es ist 7.22 Uhr in Shady Bell. Wir könnten mal... Warte mal. Hosea. Oh, Gott. Ne, da habe ich jetzt gar keine... Maika... Mary... Mary Beth möchte mit mir reden. Dann gibt es offensichtlich... Leo Strauss möchte auch mit mir reden. Und... Mary... Okay. Gelb bringt uns in der Story weiter. Weiß nicht zwangsweise. Okay, der ist bei diesem... Grundstück am Wasser. Oder Haus am Wasser. Aber ich möchte jetzt eigentlich... Ich glaube, ich mache jetzt einfach nur aus dem Grund hier. Weil ich... Ähm... Ich möchte mal... Damit ich jetzt nicht die Strecke reiten muss... Probieren wir mal Fast Travel aus. Wir probieren mal Fast Travel aus. Und ich sage... Ich möchte nach Sainte-Denise. Ach ja, stimmt. So geht das. Ne? Ich setze mich auf mein Pferd. Und... Ab geht's. Ich muss ein bisschen Cutscene ertragen. Vielleicht, weil er im Hintergrund laden muss. Keine Ahnung. Und zack. Ich bin am Ziel. Gut, ne? Fast Travel. Und jetzt können wir den Rest... Äh, nicht... Nicht ganz so schnell, bitte. Ja, ich weiß. Hier ist 30. Ach, der Pamphlettyp schon wieder. Will ich mal dem... Nein. Ich habe nur noch... halbe Stunde. Ja, Polizei. Interessiert sich nicht für mich. Wie schön. Oh, tiefstehende Sonne. Schellonianism. Das war da, wo wir den... den Jamie... abgeholt haben. Bei den... Freunden der Schildkröte. Achso, ich könnte mal ein bisschen Leute grüßen. Hey, da. What the hell? Hey, da, Miss. Got this shirt. Hi, there, ma'am. Bonjour, Monsieur. Hey, y'all do it? Hey, you're my friend in the road. Hello there, Mister. Bonjour. Bonjour. Die sprechen alle so Französisch. Ja, gut, das ist Saint-Denis. Hi there. Good morning. Wo muss ich jetzt links? Hey, friend. Where's your man? Good morning, friend. Good morning, see you. Ha. Good morning, sir. Arthur! 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 Up here! You came! Ja. Was soll ich machen? So, uh, what do you need? Leute. Wait there. I'm coming straight down. Hm? Oh, uh. Wir haben nichts. Wollten nichts stören. Und schon gar nichts dort. Ha, ha, ha. Okay. Arthur! Hallo, Mary. You came. Sure. Ja, ich hätte warten sollen. Ich soll die wirklich mal wieder baden. Ich bin, Arthur. Ich weiß, dass du nicht so, dass du dich ließ. Aber, wie sicher, du kann nicht faszinieren, einen Mann für die, die Schmerzen, zu lieben, seine daughter, und die besser für ihre. Dann, dann, dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Und Jamie mit ein paar verrückten Geschwistern, und ein Hippocritischer Vater mit seinem Hörn und Hörn und Gämbel. Das ist das, was ein Leben für dich hat, und du hast mich geholfen? Oh, Arthur. Be kind to me. Bitte. Sorry. Ich bin... Ich sollte jemanden fragen, oder jemand anderes. Aber... Aber ich bin der beste Mann, den du kennst, mit freundlichen Menschen. Es war nicht, dass ich dich nicht lieb, Arthur. Du kennst das. Ja, ich kennst. Oh, Arthur. Wir waren so sehr jung. Ich denke, wie anders die Leben hätte sein können. Ja, ich denke, das. A lot. Aber... Es scheint so lange zu gehen und weit weg zu gehen. Willst du mir helfen, zu retten, Vater? Hm. Wozu bin ich hier? Jetzt zu sagen, nö, wär ja ziemlich blöd. Oh, Arthur. Oh, Arthur. Oh, Arthur. Oh, Arthur. Es ist bei der Wasser in der Warehouse-Distriecke, nahe der Train Yard. Komm schon, dann. Du bist ein Pompassass, Arthur, das dir nicht passt. Oh, soll ich das zu Daddy? Lass Daddy alleine. Er ist genug. Ich denke, ich kann ein bisschen consolationen in das. Oh, Arthur. Oh, Arthur. Ich sollte dich mit dir ein Jahrzehnt. Well, du nicht. Nein, ich nicht. Aber... Ich denke, du, Arthur. Well... Ich weiß nicht. Wieder Ehre. Ich bin nicht sicher. Bewegt sich aber nicht der Palken. Ein Mann, in seinem Stand, muss sich auf einen alten Nag fahren. Stand? Er ist meistens unterliegt. Arthur... Er war nicht immer so. Aber... Es hat sich noch schlimmer geworden. Er trinkt und trinkt mehr als immer. Pauwende Dinge aus, links und rechts. Mixing mit schlechten Menschen. Ich bin einfach Angst für ihn. Geht nicht zu viel. Alles klar, wir werden es tun. Geht raus. Hm. Wieder so ein Spammer bei mir. Im Chat. Aber das sieht man ja nicht in der Aufnahme. Hm. Ich möchte auch nicht schneller werden. Wie schmoderlich ist das hier bitte? Nach dem Stream block ich den Account. Ah, stimmt. Hier waren die Staples. Die Stelle. Genau. Genau. Stimmt, der Typ fegt die Straße. Mit dem haben wir gleich noch ein kleines... Irgendwas. Irgendwas. Das ist der Ort. Gibt sie Saft. Hm? Was habe ich falsch gemacht? Was? Ich hätte schneller sein müssen. Okay. Hier geht aber auch alles auf Zeit. Doch, das ist ja... Ich reg mich jetzt nicht auf. Okay. Oh, oh. Sorry. Toll. Das gibt Ehren abzu. Da kann ich wieder tausend Leute grüßen, um das wieder gut zu machen. Don't worry too much. Whatever it is, we'll work it out. Vor allem in anderen Spielen wird einem ja gesagt, dass man eine gewisse Zeit hat. Hier wird gesagt am Ende, oh du warst zu langsam. Das glaube ich jetzt echt nicht. So, ich hoffe ich war jetzt schnell genug. So, na? Wieder gefehlt? Wer programmiert so'n Scheiß? Entschuldigung. Entschuldigung. Mhm. What? Die, die? Ja, die, die. Ist das dein? Just get out of here. Mhm. Warum? Ich sagte, just get out of here. Entschuldigung, partner. Ich warte auf eine Frau. Sie ist eine Frau gut. Sie ist eine Frau gut. Sie hat nur in der Mitte. Wenn ich nicht warte auf diese Frau, Sie sind schon wieder sterben. Aber wenn Sie mich verletzieren, dann werde ich Sie töten. Ich mache meine Frau auf die Frau, die Sie haben. Oh, das war nichts. Sie hat nie gesagt. Sie hat nie gesagt. Sie hat eine Frau gut gemacht. Sie hat eine Frau gut gemacht. Meine Frau gut gemacht. Ich habe eine ganze Zeit, zu töten Sie selbst zu töten. Dad. Nein. Oh, Dad, bitte komm zurück. Du bist leidiger. Du bist leidiger, Dad. Du leidiger und nicht leidiger. Ich bin kein Beispiel. Du gehst weg von mir. Du gehst nach Hause. Ich versuchte es. Leid mich zu sein. Verdammt. Entschuldigung, Partner. Sie ist noch so charmant wie immer, ich sehe. Oh, Arthur. Er ist nicht gut. Wir sollten ihn folgen. Okay. Hm. Aber keep your distance. Aha. Ich soll ihm folgen, aber auf Abstand. Okay. Ach was. Du erzählst hier Sachen. Ja, das seht ihr. Und da verschwindet der Punkt. Gut. Cut sie. Hm. Wie unangenehm. Ich glaube, er hat uns gesehen. Ich glaube nicht so. Was hast du zu mir gesagt? Ich habe nicht eine Sache gesagt. Ich werde den verdammten Schmerk auspüren. Ich werde das verdammte Schmerk auspüren. Ha. Bist du nicht ein bisschen alt für zu spüren, Herr? Ich habe nur ein länges Jahr durchgebracht, um sie zu spüren. Die Gefahr zu spüren. Ich werde es spüren. Sie in die Ferse zu spüren. Wir müssen genauer das. Ich sage dir, dass ich keine Zeit liebe, noch ein guter Zeit zeigt sich. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin nur glücklich, dass du hier bist. Was macht er? Was denkt er? Er ist weder für eine Frau, mit dumm Worte, oder er versucht zu verkaufen. Also, Ashton, hast du das Geld? Sie sind etwas. Hast du das Bruch, Herr Gillis? Ja. Hier. Hier ist das Geld. Das ist schön. Das ist eine Familie. Das war das Bruch der Mutter. Nicht mehr, Herr Gillis. Das ist ein Geld. Und wenn du noch mehr brauchst, kann ich dir einen Geld, bei einer rechtfertigen Zeitung. Nein, danke. Ich habe gehört, was passiert mit Leuten, die Geld aus dir nehmen. Das ist ein Geld. Es ist ein Geld. Sie haben sich nicht verletzt. Du verstehst? Meine Mutter hat ihn mir gelegt. Du hast meine Mutter verletzt? Wie konnte du das? Du? Das ist ein Geld. Oh, sprechen Sie von den Städten. Ich sehe, dass du wieder einen Anleitung gefunden hast. Hallo, Herr. Hast du gut gemacht? Dad. Wie konnte du das? Mary, warte da. Ich gehe den Bruch. Du nicht. Wer mich nicht schützt, Arthur. Ich gehe den Bruch. Er wird wahrscheinlich tönt jemanden. Oh, aber du möchtest das, nicht wahr, Mary? Ich gehe den Bruch. Ich gehe den Bruch, ich gehe den Bruch. Was ist das mit mir? Ich gehe den Bruch. Hey, du, Ashton! Halt ihn da! Gott, schade! Jetzt muss ich schon wieder jemanden hinterherlaufen. Wird langsam langweilig. Gut, dass meine Ausdauer mittlerweile so hoch gepusht ist. Aber... Komm, Pferd! Oder ist mein Pferd angebunden? Schade, ich hatte gehofft, ich... Ich glaube, ich mache wieder was falsch. Ist es wieder nur, um mein Stamina aufzupowern? Kleiner Joggingparcours. Jetzt ist mein Pferd nicht gekommen. Hatte ich es angebunden? Ich kann ja nicht sein, dass ich hier den Wagen Kilometer weit hinterher rennen muss. Ich kann ein bisschen abkürzen. Ich kann ein bisschen abkürzen. Was mache ich denn? Wahrscheinlich habe ich gleich wieder gefailt und weiß nicht warum. Das wird doch nie was. Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht hätte ich zu meinem Pferd hin laufen müssen. Das kann natürlich sein. Ich hätte vielleicht sagen müssen, okay, da ist mein Pferd und dann zu meinem Pferd laufen. Und dann mit dem Pferd. Oh. Dann kann ich gleich beim Checkpoint nochmal starten. Das wird doch nichts. Wie gesagt. Ich hätte wahrscheinlich zu meinem Pferd aufs Pferd hüpfen müssen. Und dann... Ja. Ja, ich bin zum Glück nicht wanted. Gleich ist meine Ausdauer im Eimer und ich habe die Kutsche immer noch nicht eingeholt. Ich sehe sie zwar, aber das fehlt mir ja auch nichts. Da ist sie. Mist, da ist ein Zaun im Weg. Den muss ich glaube ich drum rum. Hi Partner. Okay. Wahrscheinlich sagt das Spiel gleich, du hast es nicht geschafft. Und dann darf ich das alles nochmal machen. Aber dann renne ich zu meinem Pferd. Aber dann ist meine ganze Stamina dann wieder weg. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Ich glaube ich war gerade total in Blutze. Nee, skippen kann ich erst nach dem zweiten oder dritten Teil versuchen. Wir warten mal ab. Gleich ist meine Ausdauer aufgebraucht und dann wird er wahrscheinlich sagen, das war's. Ja, war ein nettes Joggingprogramm, aber gut. Der Wagen muss ja auch mal irgendwo anfangen. Ja, danke. Okay, also nochmal dasselbe, aber diesmal mit, wir rennen zu unserem Pferd. So was bescheuertes. So, wo ist mein Pferd? Boah, dieses Gegenlicht. Komm, Stoff. So, wo ist mein Pferd? So, wo ist mein Pferd? So, wo ist mein Pferd? Okay, wenn man weiß, wie es geht, ist es ja ganz einfach. Okay, ich soll ihn hier also wirklich mitten in die Panther. Okay. So, wo ist mein Pferd? So, wo ist mein Pferd? Ich gebe es dir für 100 Dollar. 100? Was machst du mich für? Okay, okay. Ich bin ein rechtes Mann. Ich sage 50. Ich bin ja. Hier. 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 Take the damn thing. Crazy son of a bitch. You don't know who you're messing with. Somebody's gonna pay for this. Wo ist denn Mary? Mary. Da müssen wir also hin. Beziehungsweise stimmt ja gar nicht. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Da will ich hin. Okay. Ähm. Ja. Super. Ich mache mir den Kopf. fahr 2 Meter, 20 Zentimeter. Der blendet die Anweisungen ein, bring die Brosche zu Mary und dann macht er Katzen. Hm. Hm. Wo ist dein Vater? Ich weiß nicht. Du willst ihn wieder finden? Nein. Nicht wirklich. Dann gehen wir einen Weg. Ich nehme dich nach dem Pferd. Danke. Ja. Ich habe deine Brücke zurück. Ich werde nicht fragen. Hm. Wahrscheinlich besser nicht. Hm. Frag nicht. Frag nicht, wie ich da rangekommen bin. Ich habe ihn nur einmal geschlagen und 50 Dollar gegeben. Hey. Was machst du jetzt? Gerade diesen Moment. Was hast du gefragt? Na ja. Na ja. Ich habe mich gefragt, ob du etwas machen wolltest. Geh zum Theater vielleicht. Nein. Auf sowas habe ich keinen Bock. Es ist schön, dass die sich für eine Mühle gegeben haben. Aber es passt auch nicht. Ich verstehe. Sie gehen mich trotzdem auf die Trolley, doch. Die gehen dann ins Theater und da ist eine Theateraufführung. Alles hübsch. Toll, dass die so viel Aufwand da reinprogrammiert haben. Aber nichts für mich. Ich bin nicht. Mein Leben war nicht so zu sein. Außerdem kommt das viel später noch. Dann müssen wir das vorbeikommen. Ist es zu früh für uns, Arthur? Ich kann nicht lieb. Ich bin ein Wann-Wann-Wann, Mary. Wenn jemand neben mir war, will er auch. Und ich kann dich nicht aufwärtsen. Aber es kommt zu einem Ende. Diese Zeit ist es wirklich. Geh weg mit mir, Arthur. Geh weg jetzt und nicht zurück. Geh zurück. Geh zurück. Ich will. Mehr als alles, was ich will. Aber ich habe ein paar Leute, die ich mir vorlesen muss. Wenn sie frei sind, dann bin ich frei. Dann kann ich verschwinden. Aber Arthur. Wenn wir irgendwo rausgehen, dann brauchen wir Geld. Aber bald habe ich etwas. Ich weiß, dass du nicht rausgehen kannst. Aber es ist ein schönes Traum. Sehr schön. Aber ich werde. Wenn ich etwas Geld bekomme. Ich hatte etwas. Aber dann hat ein Mensch getrennt in eine Stadt. Und ich kann nicht zurück. Das ist eine andere Geschichte. Ich werde dir schreiben. Ja. Hmm. Ne. Interessiert mich jetzt nicht. Lieber einmal schnell speichern. Bevor wieder irgendetwas unerwartetes passiert. Zeit für Feierabend. Hier ist CC. Und hier ist... Da ist immer noch mein Feierabend. Wie... Geil. Wie komme ich denn jetzt zu meinem Pferd? Hm. Muss ich jetzt zu meinem Pferd laufen und es abholen? Hm. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Ist es nach dem nächsten Laden wieder bei mir nicht? Ich könnte jetzt eine Kutsche nehmen. Ne. Das ist alles doof. Ja gut. Dann laufen wir einmal kurz zu unserem Pferd. Wir haben ja Stamina ohne Ende. Ja. Holen wir kurz unser Pferd ab. Sonne... Was ist denn... Wettertechnisch hier? Was? Hey Mister. Hey Pferd. Hey there. You are right. Hey there Pferd. So wieder ein bisschen die Ehre wieder gut machen. Ah guck mal. Siehst du? Mein Stamina... Dann machen wir das jetzt. Wahrscheinlich ist das... So ist es wahrscheinlich gedacht, dass man ähm... Wahrscheinlich... Okay. Bisschen langsamer wieder. Also in dem Tempo baut sich mein Ring wieder auf. Und wenn der wieder voll ist, dann kann ich wieder richtig High Speed sprinten. Okay. Es wird auch langsam dunkel glaube ich. Was haben wir? 18 Uhr. Ich könnte natürlich auch wieder irgendwelche Dopingmittel nehmen. Hallo Leute. Ich überhole mal kurz, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, das ist wieder Vollsprint. Kann ich jetzt wieder eine Weile machen. Wahrscheinlich ist das so rum gedacht, dass man die Mission macht, so wie ich sie jetzt gemacht habe. Ach, ich hätte die Schattenredaktion sagen, ich hätte die Kutsche fragen können, ob die mich mitnehmen. Aber ich denke halt, dass es vielleicht vom Spiel so gedacht ist, dass man jetzt eben sein Pferd abholen muss. Und dabei Stamina sammelt. Ja gut, komm. Schalt den Gang runter. Guck mal, da ist auch schon dein Pferd. Ja, jetzt kommst du. Okay, Pferd. Lass uns nach Hause. Bevor es noch ganz dunkel wird. Let's go, boy. Ah, falsche Taste. Gut, nach Hause. Komm, Pferd. Jetzt müssen wir das tun für deine Ausdauer. Ja, ich habe einen Teil meiner Waffen, aber nicht viel, weil ich wieder nicht wusste, welche Waffe was ist. Aber ich habe mal mindestens einen Revolver, habe ich mal weggepackt. Ach so, und eins von den Scharfschützengewehren. Ich habe nämlich ein Rolling-Ding und ein Rare. Und das Rare habe ich behalten und das Nicht-Rare habe ich auch in den, in die Truhe getan. Ich habe den Scharfschützengewehren. Oops. Oh-oh. Oh-oh. Stimmt, das sieht jetzt ungefähr so aus, wie als wir Jack nach Hause gebracht haben. Hey! Wer ist da? Es ist Arthur! Ich hoffe, du bist gut draußen. Oh, Ietsch! Komm, Pferd. Ich bin an den Parkplätzen vorbei. Okay. Right. Right. And your breath, boy. Sieht alles gut aus. Einmal noch kurz. noch mal kurz abbürsten gut, dann würde ich sagen so hi ach, äh er war irgendwie zuständig er hätte auch wieder einen Kutschenüberfall für mich ne, ne, falsch, falsch falsch, falsch ah, da ist man zu ich hab hier, wenn ich die Treppe hochkomme verliere ich immer kurz Orientierung din, 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 din hallo home sweet home neid schon wieder nur vier Stunden ach und ich muss mal wieder ein Bad nehmen das reicht dann aber auch schon wieder so lang so wie gestern klimper, klimper habe ich wieder, ah, ich hab wieder ich hab wieder bis nun morning ich will bis zum morgen schlafen ich will nicht von nacht bis nacht schlafen deswegen waren das auch nur drei Stunden tja okay das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr nennen mhm mhm aha, die Sonne knallt genau 6.21 Uhr Ehre ist okay alle Level sind aber sowas von gut wir gucken nochmal kurz auf die Mappe ja, dann können wir entweder mit Hosea da besuchen wir dann ne, hat wohl hat Dutch ja gesagt Angela Bronte hat uns eingeladen äh, zu einer Feier vom Bürgermeister wo wir sehen, wo wir alle schick angezogen sind entweder das oder Mary Beth Mary Beth ich sagte Mary Beth ah Leo Strauss Mary Beth Mary Beth needs to speak with you und man sieht irgendwie wie ich auf jemanden ziele der irgendjemanden der irgendwo ans Bettgestell gefesselt ist und auf die unhöfliche Weise vielleicht machen wir das aber nicht mehr heute gut ja, das war ja dann doch wieder ziemlich lange aber gut, es ist Wochenende und mir ist wahr gut mal schauen, wann es hier weiter geht ja, wie gesagt, dann machen wir erstmal Mary Beth ja, gerne Tessi wie gesagt, bis zum nächsten Mal Tschüss